Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 27. Mai 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1009, heute mit den folgenden Themen. Ero 6, Neon Green, Luca App, MGM, TikTok, Fritz OS, AX3 und GT2321. Da hat einer kräftig an den Schlagwörtern gerüttelt. Ich gehe jetzt mal der Reihe nach. Zuerst gibt es ein Update, was von vielen schon, oder von vielen, von zumindest denjenigen, die es bestellt haben, wahrscheinlich sehnsüchtig erwartet wurde. Der Ero ist ja ein Router, der mittlerweile von Amazon aufgekauft wurde. Einer der beiden Marken neben links ist, die sich auf HomeKit-Router verstehen. Also die einen HomeKit-Router integriert haben und somit da die Möglichkeiten von Apple bieten, die man haben möchte, wenn man dann ein smartes Zuhause hat. Und die liefern jetzt endlich was nach, was sie eigentlich schon mit Verkauf des Gerätes angekündigt hatten. Nämlich die HomeKit-Fähigkeit. Sobald ihr die Firmware aktualisiert habt und das Ganze aktiviert habt, habt ihr dann die Möglichkeiten, in den Einstellungen von eurem Ero-Router gewisse Geräte, also alle Geräte, die da im Netzwerk sich befinden, zu reglementieren. Was dürfen die? Ist es beschränkt, automatisch oder ohne Beschränkung? Heisst, dürfen die nach Hause funken? Dürfen sie das nicht tun, nur in einer beschränkten Version oder eben automatisch, so wie die Standardeinstellung? Grundsätzlich würde ich sowas sehr willkommen heissen, wenn das auch andere Router unterstützen würden. Mal schauen, ob es hier an der WWDC dann weitere Neuigkeiten gibt oder vielleicht dann erst eher im Herbst. Dann gibt es Neuigkeiten. Nicht in dem Sinn Neuigkeiten, weil es neu ist, weil es gibt es, glaube ich, schon seit letztem November, dachte ich. Auf jeden Fall ist schon ein Weinchen auf dem Markt. Neon Green, ich habe schon mehrfach von Neon Free erzählt, dem Konto, was man hier in der Schweiz machen kann, mit kostenlosen und auch kostenlosen Kreditkarten, das Ganze mit Mastercard prepaid und der Möglichkeit von Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay etc. und noch ein paar andere Annehmlichkeiten. Dieser Anbieter, die Bank dahinter, hat aber nicht nur ein kostenloses Konto, es gibt auch noch eines, da könnt ihr 5 Franken im Monat bezahlen. Warum solltet ihr das tun? Relativ einfach, denn die Umwelt sollte es euch wert sein. Wenn ihr das Ganze tut, pflanzt Neon für euch, in Kooperation mit MyClimate, 5 Bäume jeden Monat. Und zusätzlicher kommt jeweils noch ein Baum obendrauf für jede 100 Schweizer Franken, die ihr über die Karte ausgebt und schlussendlich somit in Umlauf bringt. Also damit happy shopping, würde ich doch sagen, wer sich dafür entscheidet. Wer es noch nicht ausprobiert hat, in den Show Notes findet ihr einen Link dazu, wo ich das ein bisschen genauer beschreibe. Und da gibt es auch einen Freundschaftscode, wenn ihr mögt. Es gibt 10 Schweizer Franken zum Start eures Kontos für euch und für mich. Auf jeden Fall sage ich jetzt schon Dankeschön für all diejenigen, die es mal ausprobieren werden. Gilt übrigens auch für die kostenlose Version. Also man muss nicht gleich mit der kostenpflichtigen einsteigen. Dann habe ich nochmals shameless Self-Promotion im Poughkeepsie Network YouTube Channel. Gegen heute, oder besser gesagt gestern, noch ein Video online zum Huawei Wi-Fi AX Router. Ich komme nachher noch zu Router und hatte vorher schon Router mit denen von Eero. Ja, es ist ein Router aus dem Hause Huawei. Was der kann, was nicht, das habe ich mir genauer angeschaut und euch ein kleines Video dazu gemacht. Und natürlich auch ein Fazit gezogen und Geschwindigkeitstests gemacht. Wer es also interessiert, geht mal reinschauen. Den Link ist wie immer in den Shownotes auf deli.tiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Dann geht es weiter mit der Luca-App. Die App in Deutschland, die für viel Kritik sorgt, teuer war. Irgendwie, was waren es, 20 Millionen, die man da verlocht hat. Denn jetzt kommen immer mehr Sicherheitsbedenken und unschöne Geschichten raus. Nämlich soll es möglich sein, über das Formular durch die Eingabe von Text oder eben nicht Text Schadcode reinzuschmuggeln. Und zwar so, dass man das, wie heissen die Dinge, Gesundheitsamts-PCs lahmlegen kann. Das ist natürlich ziemlich unschön, weil gerade die braucht man ja aktuell sehr stark für eben die ganze Contact-Tracing-Geschichte etc. Eine sehr unschöne Geschichte. Ich hoffe, das findet noch ein gutes Ende. Auch ein gutes, oder lassen wir mal das Wort gut aussen vor, Ende hat MGM genommen. Seit über 100 Jahren gibt es den Metro-Goldwyn-Mayer schon. Ihr kennt das sicherlich von früher mit diesem... Tiger oder Löwen, der euch vor den Kinofilmen angefaucht hat. Genau, diese Bude wurde jetzt verkauft. Es gab ja schon länger Verhandlungen in alle Richtungen. Wer hat gewonnen? Amazon. Die haben für 8,45 Milliarden US-Dollar, also etwa gleich viel in Schweizer Franken, und 6,9 Milliarden Euro, die Firma einfach aufgekauft. 4.000 Filmtitel und irgendwie 17.000 TV-Shows etc. Darunter Riesendinger wie die James-Bond-Geschichten, Robocop, Rocky, Silence of the Lamp und so weiter und so fort. Tom Brider. Alles ist damit integriert und gehört, sofern es dann die Wettbewerbsbehörden zulassen. Nächstens Amazon und somit dann Amazon Prime Video. Wie sich das Ganze auf die Streaming-Geschichten auswirkt von Netflix, Apple etc., das werden wir noch sehen. Dann gab es Neuigkeiten zu TikTok. Da hat man schon immer ein bisschen rumexperimentiert, wie in jedem Social Network, und gewissen Leuten die drei Minuten gegeben, statt nur eine Minute, um Videocontent zu erfassen. Und das soll jetzt anscheinend, so wie es klingt, in ganz Deutschland ausgerollt werden. Ob es schon bei uns in der Schweiz angekommen ist, ich weiss es nicht. Ich habe mich nicht wirklich darum getan. Aber ja, wie immer gibt es natürlich in der Community einen grossen Aufschrei, weil alles wieder neu und die Würfel werden neu gemischt. Wir werden sehen, wohin das Ganze führen wird. Dann gibt es eine Neuigkeit für all diejenigen, die sich in Fritz Repeater 6000 schon gekauft haben. Ich freue mich ja auf meinen baldigen Test damit. Der hat jetzt ein Update bekommen, und zwar auf das Fritz OS 7.2.7. Wichtiges Update, zum einen natürlich wegen Funktionserweiterungen, Stabilität etc., aber vor allem wegen der WLAN-Schwachstelle, Frag-Attacks. Deshalb solltet ihr das Update relativ schnell installieren. Generell, wenn ihr einen Router besetzt, der Updates bekommen kann, dann solltet ihr in der nächsten Zeit immer wieder mal reinschauen, ob auch ihr eben genau die Sicherheitslücke geschlossen bekommt und oder nicht. Ansonsten würde ich irgendwann dann ziemlich schnell mal auf einen anderen Router ausweichen, weil das kann es ja nicht sein. Weiter geht es mit, nochmals Werbung in eigener Sache, aber diesmal für den Geek Talk, das Mutterformat, die neueste News-Folge 2321, Friedhof der Apps. Mit einer kleinen Überraschung, ist draussen. Wer also mag, gerne reinhören. Und ja, das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und wenn ihr mögt, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.